was hast du gerade so schönes ich habe die eine hausseite abgerissen da ist noch ein creeper von unserem haus bring ihn nicht mit rein ich dachte ich würde mir als haustier halten so ein creeper an der leine weißt du das unser haus erweitert sehr nice zumindest sieht es erst mal so aus zuckerrohr zuckerrohr da haben wir leder und fleisch ne doch hier fleisch gerne rein weizen sie würde ich aber ganz gerne weiter verbrauchen hatten wir was mit tierprodukte gesagt oder hast du das leder mitgenommen du hast das leder ich habe sie schon ausgeworfen naja ich habe es in die kiste wieder reingemacht weil ich wollte so abgeben ich wollte damit jetzt nicht so stark wo es holz ich habe wieder flammiert naja schon gesehen eine hau wollte ich machen ein bisschen stein sag mal feuer breitet sicher aus ja ja weißt du ein paar bäume eigentlich direkt uns um unser haus wenn ich gerne fällen würde er solltest du nicht machen wär jetzt so keine so coole idee muss ich sagen hätte allerdings geburt hier bei dem see bei uns vor der tür hat auch einer was gebaut eine werkzeugbank ist das immer der wieder da stirbt er ja auch auf sandy beide ich würde ich mal interessieren was sie da machen genau ehrlich gesagt ok man hast gesagt sind die fertig wenn man vor allem wie schnell die sterren naja gut die hast du die haben sich ein geld gebaut bestimmt naja die werden auch keine rüstung tragen weil das hat eh keinen sinn die würde so schnell zerstört werden du meinst wenn die gelb sind sind nicht fertig die weizen dinger naja so gelb-orang es kommt natürlich darauf an ob du auch einen modpack benutzt oder benutzt du keins naja schon ok hast schon recht mit dem orange gelblichen ne ich benutze kein modpack ich bin komplett vanilla ok ich benutze pure dcraft kennst du das alles so ein bisschen comic artiger aber die haben auch glaube ich in den nützungsbedingungen dass man damit kein geld verdienen darf wenn man das benutzt aber wer lässt sich schon nutzungsbedingungen durch hab ich gesehen da die videos von minecraft werden noch nicht monetarisiert es wird jetzt ja gar nichts mehr monetarisiert wieso das denn nicht ich weiß schnell bevor die fehler wieder vorher wieder was bevor die wieder so nutzlos werden dass man die mit der Hacker bearbeiten muss ich denke mal das ist ein schönes feld ich denke damit hier ist zum beispiel eins doch nicht damit kann ich mich zufrieden geben schön aber wieder alles besamen wenn du das abgehakt hast ne habe ich schon aber ich habe nicht so viel Samen achso mein Samen ist erschöpft delikat wunderbar wie viel Weizen hast du sieben ok ist jetzt nicht so viel stimmt ich wollte sie dir auch brauchen benutze deine Weizen dafür ja gut die Anzahl der Tode spielt natürlich auch keine Rolle ist doch völlig egal ob da irgendwo mal der tausend steht ich würde es trotzdem lustig wenn am ende noch den am meisten gestorben ist oder am wenigsten gestorben ist zu küren ja ich danke für die Ehrung vielen dank einmal bin ich nur wegen dir gestorben ja das kann ja jetzt jeder behaupten hast du ein Wachweis oder so ein Wachweis ja habe ich ein Wachweis ja ich würde ein Video sagen und dann ein Nachweis so Seeds da machen wir hier mal ein bisschen neues Brot wir haben uns vergessen dass man auf dem Feld ja nicht rumlaufen soll ja das wäre schön weil sonst kaputt geht ja sag mal war das am Anfang auch war ja auch schon so viel was Lava oder haben die da noch mehr Lava dran gemacht wo fangen wir das mit mir ja dank ähm was ist das da hinten ich weiß nicht ich hab grad ein NPC glaube ich gehört auch kann ja sein dass es ein Village ist wo bist du lang gelaufen ich bin grad beim gegnerischen Tor vor allem man kann einfach an der Seite durchgucken lol die haben da so Dings angequant angepflanzt Neterquartz oder nicht ich komm mal zu dir ich komm mal zu dir meinst du die Pilze Neterpilze ja diese Ertrank beim Versuch Blaze zu entkommen was ist das denn für eine für eine Meldung habe ich auch noch nie gesehen das hat er doch selber geschrieben oder ne wenn du selber was schreibst dann hast du die die spitzen Klammern und nicht rum vielleicht kann man damit vielleicht Emote oder so wie bei anderen Spielen wo bist denn du rechts oder links von der Mauer links bin ich lang gelaufen hier sind ganz viele Schafe aber ich hab da oben dieses Objekt gesehen und dachte da ist irgendwas aber das ist vielleicht die Zuschauertribüne oder sowas ein Objekt? siehst du das nicht von da? wo bist denn du? immer noch direkt an der Grenze ok Neterwarzen baut man am Seelensand an schreibt einer ja ach guck mal da hinten ja das meinte ich auch das wird die Zuschauertribüne sagen guck mal hier sind noch Glöcke für Dings ich hab's eigentlich auch mal lustig finde mal mal so zu gucken ob da unten irgendwas ist wo unten? direkt zwischen uns mach doch aber ich hab keine Leitern oder sowas dabei ich hätte zu gerne eine Karte dass ich einmal über wo haben die die Warze angeflattert Tatsache da vorne ja und ich frag mich wie? das sind doch welche aus dem Neter na die werden sie hier irgendwo gefunden haben die werden sie in der Mine wahrscheinlich irgendwo gefunden haben alles was es im Nether gab das kriegst du wahrscheinlich auch hier weil es einfach dass im Nether deaktiviert wurde das ist ja auch sinnvoll weil beim Nether kommst du halt irgendwo random wieder raus oder auf der gegenden Seite mal so hier stellen wir uns eine blaue Orchidee Leute guck mal komm mal her zu mir wo? du musst dich präzisieren andere Hände genau andere Hände wieder zurücklaufen da bin ich gerade auf dem Weg gewesen ich sehe nämlich von denen einen Zugang zu einem Metaportal siehst du das? so war aber das ist das ist Dingsende da kommen die nicht hin aber es ist trotzdem merkwürdig ja das hat Pain hingesetzt haben es hat da vielleicht das alte weil es schon mal da war versetzt und es hat dann noch eine Klausel reingenommen es kann nur eins geben ja oder so boah Skeletter der Wald ist zu dicht aber ich bin jetzt nicht ein Kampfler und ich will mal einmal umranden ich schon Leute da ist ein Portal jetzt schreibt das das hab ich doch hört ihr uns zu? du musst das kurz merken machen ja so war das doch nicht Pain gewesen außerhalb der Map außerhalb der Map aber da hat es wahrscheinlich hier der andere Mod gemacht ah jetzt macht das gerade weg so wird sicher wie die Steine verschwinden aber es ist definitiv auf der Seite der Roten ja aber da kommst du trotzdem nicht hin das ist eine Begrenzung da kannst du machen was du willst du kriegst die Dinger nicht kaputt ja ja ich versteh schon von dem die aus der Sinne in die Neter gegangen ist aber der war doch blau denke ich na vielleicht war das das Portal gewesen das ist einfach da gespawnt an dieser Koordinate du brauchst auch wieder ein Gegenstück wenn du rauskommst ich brauche eins wird das nicht immer automatisch generiert? eben und das ist es es ist dort automatisch generiert loih stell mal vor und deswegen hat er gesagt in Discord er ist immer wieder gestorben ah ok deswegen aber stell mal vor er wäre auf der Gegnerseite irgendwo rausgekommen und hätte die dann zu mienen können ja das wäre möglich gewesen wahrscheinlich hatte das auch vielleicht im Sinn aber das kann ja dann nur Lars gewesen sein eigentlich ja wer anders war glaube ich noch nicht aktiv wie bei uns richtig er war es Lars war es war ganz leider seine Schuld so ich habe mir ein paar Schneebälle geholt jetzt warst du gleich eingeseift viel Spaß dabei wo bist du? weil die fliegen ja richtig weit die Schneewelle wie hast du den Schnee abgebaut? oben links bei der Berg genau zur anderen Seite wie? mit Gras mit Eisenhacke glaube ich ja ich kriege keine Schneewelle raus bin hinter dir oder Schaufel ja Schaufel Schaufel ist sinnvoller so wir haben quasi gleich unseren gesamten Teil erkundet hier gibt es gleich nicht mehr viel zu gucken sind wir einmal rumgelaufen ja von oben wirkt es nicht so tief mich würde echt mal interessieren was die mit den den ganzen Lohnrouten machen Lars könntest du uns wahrscheinlich sagen vielleicht könntest du uns auch deine Zuschauer sagen deine live Zuschauer jetzt sind kaum noch welche da was bist du für ein Unbekannter ich danke dir vielen Dank war erfrischend oh da ist der Lavasee ist ja interessant auf gehts oh Gott das war möglich nicht übertreiben ich würde trotzdem noch gerne mal Lava holen na mach doch und dann bauen wir einfach mal wollen wir einfach mal ganz nach oben bauen und uns ein paar Leitern nehmen und irgendwo einen Aussichtspunkt bauen du es können wir machen aber ich habe und dann von da oben Lava runterfallen lassen auf die Gegner was hast du für eine Sichtweite bitte wieso ich habe nur 12 Chunks eingestellt ich glaube ich 24 oder sowas oder 36 weil du vorhin die Lava gesehen hattest die habe ich halt nicht gesehen von der anderen Seite schon ja ich sehe auch von hier die Lava Schrift vom Gegner ne ah ok die sind direkt am Lava ich nicht mal ansatzweise ja ne das fand ich immer wichtig das finde ich fast ein Spiel wichtig Water Warcraft oder sonst was ich stelle lieber irgendwie die Details runter aber dafür Sichtweite hoch ja wollten habe ich damals ja auch grundsätzlich gemacht könnte ich dann auch bei der nächsten Aufnahme wieder machen aber ich weiß nicht wenn ich jetzt aufnehme und dann die Einstellung verändere ja hier haben wir Lava sie willkommen willkommen zur Sauna das ist rote welches rote das was du hier machst abbaust ja das war quasi das was du nether findest netherrack das ist das was ich gerade gesucht hatte oder darauf können wir glaube ich die Pilze setzen genau das müsste possible sein ich glaube oh das ist kein Lava sicher ich glaube ja doch ist Lava Spaß sorry ok es wird dunkel ne wir müssten mal in die Hütte zu Magma Block das sind die 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 auch im Eingang hingepackt haben hm naja gut hast du da Melonen hast du angepflanzt ne da oben hm hm warum jetzt einen Weg rüber bauen ist aber nett von dir machs klar los peitsch wiii Futter boah die Sortierung macht keinen Spaß Lava war da noch Bock nochmal an die Mine zu gehen ähm es ist 10 ich glaube ich werde jetzt erst heute dann erstmal wieder Schluss machen stimmt das ist ja schon soweit so Magma Blöcke dazu Kaktus habe ich uns auch geholt so food kommt hier rein Kaktus gehört als food was mach ich mit den Schneebellen wo pack ich denn die hin benutze sie einfach hm hör mal auf Alter du machst meine Rüstung damit kaputt lol ernsthaft ja ich hab grad gesehen dass meine Stiefel runter sind lol das glaube ich irgendwie nicht verhaust mich doch nur wieder nein komm ich dann grinsen ich grinse nicht es hörte sich nach einem Grinsen an oh ich hab immer noch diesen Wither Effekt solltest du mal sterben ne ich nicht mehr schrugel nicht mehr ich fache Zeit mir ein was ich machen wollte Leitern die mach ich noch und dann noch mal Schluss solltest du auf jeden Fall machen ja oh eine Hexe einen Notenblock kann ich jetzt bauen und den Kolben Redstone blockiert jetzt auch weil ich Redstone abgebaut hab was machst du draußen die Hexe töten hey wir können uns ja doch einen Kompass bauen glaub ich bei uns einen Kompass wofür dann kann man sich eine Karte bauen okay aber wofür alter ist das Gift der Hexe stark holy shit ich bin jetzt auf dem halben Herz und der Gifteffekt sieht nicht mehr ansatzweise dafür aus äh naja der hält ewig okay okay warum nicht kann man auch machen man kennt man sich genau jetzt hab ich das Ding bekommen alter aber die Uhr werd ich nicht machen komm die EU müssten wir Gold benutzen von Gold haben wir nicht viel vor allem weißt du welche Tasten man drücken muss da steht ja immer ja ein neues Rezept verfügbar oder muss man da einfach hier in diesem Menü ewig suchen musst suchen einfach durchklickern fermentiertes Spinnenauge eine Güterlohre kannst du eine Kiste auf eine Lore setzen und dann verschicken auch witzig kannst du aber auch mit TNT machen jetzt Pfeiler falls jemand was auslöst mhm Antrieb genau Trichter da ist die leere Karte Buch und Feder naja Karte was für dich ist immer nicht leer die ist voll ja aber die ist leer in dem Moment und dann ist sie voll wenn sie sie benutzt Prost na witzig der Lava sie direkt hinter uns ich hab noch keinen ich guck jetzt was drauf hast du mir deine erste Karte gegeben genau wie nett von dir Ehrenmann und wenn man ich weiß halt nur nicht genau wie das geht das ist jetzt ein Ausschnitt was ist ich 16x16 wenn man jetzt noch eine macht dann kriegt man einen größeren Ausschnitt und sieht noch mehr soll ich dir die Karte geben oder wie dass du dann 2 hast? ne ne so geht das nicht ich weiß ehrlich gesagt nicht wie es geht wenn dann 4 also ob wir dann 4 Karten brauchen die wir dann belaufen sind oder einfach 4 leere oder ich weiß nicht wie das geht schau aber im nächsten mal ja aber ich find's trotzdem praktisch so machen wir jetzt heute noch was heißt deine Karte auch Raute 0? ja das ist die höchste Auslösung oder niedrigste ich weiß nicht wie man das sagt in der Perspektive Hinsicht genau na gut machen wir Schluss jetzt machen wir Schluss jetzt hat Spaß gemacht auf jeden Fall bis zum nächsten mal Leute tschüss tschau 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 Vielen Dank.